Liebe Zuschauer, erinnern Sie sich noch an unseren Zertifikate-Check vom Dezember? Nein? Damals hatten wir besprochen, dass es sinnvoll sein könnte, um den 18. Dezember um vor Weihnachten Platin zu kaufen. Haben Sie das gemacht? Nein? Na dann schauen wir mal, ob Sie Glück hatten oder ob das vielleicht ein Fehler war heute im Zertifikate-Check mit Ingmar Königshof mit Börse Daily und mit Nikolai Tietze von der Deutschen Asset Management. Schönen guten Tag, meine Herren. Herr Königshofen, lassen Sie uns doch mal schauen. Platin, Ihre Strategie war damals so um den 18. Dezember, wir hatten das damals auch besprochen, fast taggenau, Platin zu kaufen. So, und dann hätte man weiter teilverkaufen sollen. Ist denn die Rechnung Stand heute Mitte März aufgegangen? Genau, erst noch mal ganz kurz rückwirkend gezeigt, was ich genau gesagt habe. Das war ja Mitte Dezember, glaube ich, als ich hier war, oder Anfang Dezember. Und die Idee war ja mal ein bisschen eine andere, nicht immer nur die Charttechnik ranzuziehen, sondern vielleicht auch mal einen saisonalen Trade-off zu zeigen, der nur statistisch basiert ist. Und die Idee war, am 21.12. eine Long-Position aufzubauen mit einem ersten Teilverkauf am 18.01.50%, in diesem Falle. Am 17.02. weitere 25% Teilverkauf und am 20.04. die letzten 25% Teilverkauf mit einem Stop-Loss im Basiswert von 10%. Wenn wir uns jetzt erst noch mal das langfristige Bild anschauen, kann man ja noch mal zeigen, wie das so die letzten Jahre immer wieder gelaufen ist. Ich hatte damals gezeigt, dass der grüne Punkt ist der Einstiegszeitpunkt und der rote ist der Ausstiegszeitpunkt im April. Da sieht man ja ganz gut, wie das Ganze funktioniert hat. Im Endeffekt in jedem Jahr... Vor allem sieht man, dass es immer funktioniert hat. Genau, dass es immer funktioniert hat. Und wenn es mal wieder vor das Jahr, wenn es mal einmal nicht geklappt hat, hat man zumindest durch die Teilverkäufe, die man vorher gemacht hat, schon sein Risiko ausgenommen und den Stopp entsprechend angepasst, sodass man sogar an so einem Zeitpunkt, wo es einmal nicht geklappt hat, noch mit einem positiven Ergebnis rausgekommen ist. Okay, dann schauen wir mal... Und jetzt die Frage, wie das genau geklappt hat. Genau. Bisher zumindest, weil der April ist ja nicht erreicht worden. Wir sehen einfach mal hier schon mal grün eingezeichnet den 21.12., als wir das Produkt eingekauft haben und dann eben den 18.01., genau, als wir den ersten Teilverkauf vorgenommen haben. Da sieht man ja, dass ein kleines Minus entstanden ist. Also der Verkauf war ungefähr bei 827, Einstieg bei 857 US-Dollar. Das heißt, hier ist ein kleiner... Hier hat man nur mal kurz Schnappatmung. Ja, genau. Hier hat man kurz Schnappatmung. Da sage ich vielleicht auch noch was dazu. Und anschließend hat diese Rallye stattgefunden, auf die wir eigentlich gewartet haben. Also der Platinpreis hat ja wahrscheinlich der ein oder andere mitbekommen, wie auch Gold, sind ja dann massiv angezogen. Und wenn man jetzt alleine schon den zweiten Teilverkauf vorgenommen hat mit den weiteren 25 Prozent, ist man jetzt schon mit diesem Trade im Plus gelandet. Rein auf den verkauften Positionen. Und sogar die letzte Position, die letzten 25 Prozent laufen ja auch noch. Das heißt, die sind auch momentan gut im Plus. Das heißt, man hat mit dem ganzen Trade sogar, genau, momentan positives Ergebnis. Was ich ganz interessant fand, deshalb habe ich es heute noch mitgebracht, war genau dieser Punkt. Vielleicht können wir das mal kurz hier noch so rüberziehen. Ja, ich schiebe es mal rüber. Genau, danke. Genau dieser Punkt hier. Und zwar war das natürlich auch eine charttechnisch wichtige Marke. Als diese 821 nach unten durchbrochen wurden, haben hier massiv viele Leute verkauft. Und wir haben auch genau in dieser Phase super viele E-Mails von Kunden bekommen, die gesagt haben, ah, jetzt das letzte Zwischentief unterschritten worden, das funktioniert ja gar nicht, die Strategie. Und ich habe noch mit einem Kollegen gesprochen und habe gesagt, ich glaube, das wird der Zeitpunkt sein, wo Platin nach oben wegdreht. Weil das Wahnsinn, wie so eine Sentimentanalyse dann doch immer wieder hinhaut, wenn sich hier viele Leute beschweren. Und das war, wie gesagt, genau da der Fall. Was passiert? Die Charttechniker, sage ich jetzt mal, sind hier unten rausgeflogen und anschließend ist die Rallye gestartet. Da sieht man mal zum einen, dass Charttechnik nicht alles ist, dass man vielleicht auch andere Filter einsetzen sollte, saisonale Filter, Sentiment, COT-Daten zum Beispiel. Und vor allem auch, dass diese Teilverkäufe auch Sinn machen. Also dass es nicht ist, hier ist jetzt was gefallen und dann gehe ich sofort raus, sondern einfach am Abwarten. Ich habe gestern Abend noch als Bayern gespielt, da habe ich noch gedacht, im Endeffekt ist Platin ja so das Bayern der Edelmetalle. Man hat gedacht, bis hier hat man gedacht, 19 Minuten, jetzt ist es vorbei, es geht nicht mehr gut und Leute haben es beschwert. Und zack, auf einmal ist es dann doch wieder gut gegangen und die Tore sind gefallen sozusagen. Von daher nur mal aufgezeigt, dass man vielleicht auch mal den ein oder anderen Filter noch zusätzlich einsetzen sollte und nicht nur auf die Charttechnik vertraut. Okay, welches Kursziel haben Sie denn aktuell für Platin? Also Kursziel würde ich da jetzt gar nicht rausgehen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man es sich jetzt charttechnisch anschaut, dass wir Richtung 1200 US-Dollar sogar noch ansteigen könnten. Aber da es jetzt hier wirklich ein statistischer Trade ist, würde ich auf jeden Fall dann im April verkaufen, egal was passiert. Okay, Herr Tietze, wer nicht an die Bayern und auch nicht an Platin geglaubt hat, könnte jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen. Was kann man denn als Anleger mit Platin noch anstellen? Na gut, man kann Platin quasi als 1 zu 1 Zertifikat kaufen oder aber gehebelt. Und in diesem Fall hatten wir ja auch einen Schein herausgesucht mit einer Stop-Loss-Marke von 10 Prozent. Die lag damals, glaube ich, ungefähr und knapp unter 800, 780, glaube ich, oder so. Die hätte hier auch gehalten. Und dann hätte man doch schon einen schönen Gewinn realisieren können. Sie haben ein Produkt mitgebracht mit einem ähnlichen Stop-Loss jetzt. Naja, das ist nicht ein ähnlicher Stop-Loss, sondern, beziehungsweise der Stop-Loss ist jetzt ähnlich, weil das ist genau der gleiche Schein, den wir damals hatten. Der hat jetzt natürlich nur noch einen Hebel von 4,4 und der Abstand zur Barriere beträgt jetzt nicht mehr 10 Prozent, sondern 20 Prozent. Damit wollte ich nur mal aufzeigen, im Endeffekt, wie dieser Schein gelaufen ist. Jetzt haben wir natürlich leider keinen Chart hier von dem Produkt. Aber Anleger, die diesem Rat von Herrn Königshofen gefolgt sind, mit diesem Produkt, konnten schöne Gewinne erzielen. Und könnten es im Zweifelsfall mit dem Abstand zur Barriere immer noch, wenn Sie jetzt sagen, Platin ist eine Option. Ja, genau. Okay. Schauen wir mal weiter auf den DAX. Stimmung ist gar nicht so schlecht. Lage eigentlich auch nicht. Die 10 haben wir zurückbekommen. Es ist Frühling. Schreit das nach einer Frühlings-Rallye oder eher nicht? Also für mich eher nicht. Weil wenn man das Bild mal etwas längerfristig anschaut, dann sehen wir ja, dass wir hier in einem intakten Abwärtstrend verlaufen. Ich hatte jetzt erstmal hier, das ist ja relativ weit weg, hier der obere Abwärtstrendlinie bei gut 11.000 ungefähr. Wenn man das ganze Bild nur nachher etwas kurzes anschaut, dann sieht man eben, dass diese 10.000-Punkte-Marke, 10.000 bis 10.150, dass diese Region einen starken Widerstand darstellt. Von daher gehe ich eher davon aus, dass wir diese Region wieder nach unten abprallen sollten und eher nochmal einen Short-Einstieg suchen. Genau bei 10.000 kann man es natürlich schön machen oder sogar knapp darüber. Wenn man sagt, man kann dann knapp oberhalb von 10.150 zum Beispiel das Produkt ausstoppen, sollte es doch unerwartet wieder weiter anziehen Richtung 10.900. Dann sollte ich dementsprechend natürlich die Reißleine ziehen. Aber wie gesagt, momentan nicht nur psychologisch, auch charttechnisch nicht einfach eine sehr, sehr wichtige Marke, die 10.000. Von daher, Sie können ja mal vielleicht den nächsten Chart einwenden. Genau, dann sieht man hier ja auch nochmal wunderbar, dass diese 10.100 jetzt hier genau 23, dass das eine Widerstandsmarke ist. Und in dieser Region hier, in dieser Region sind einfach sehr, sehr viele Widerstände, die hier auftreten. Und wir haben ja auch in letzter Zeit gesehen, der DAX ist zwar kurzfristig im Aufwärtstrend, aber dass hier die Dynamik auch deutlich nachgelassen hat. Also wir haben da nicht mehr diesen Schwung, den wir am Anfang hatten, als es schön nach oben gezogen ist. Und jetzt geht es auch wieder schon los, dass Leute sagen, klar, man muss jetzt rein, man muss einsteigen, wir steigen wieder auf neue Hochs und so weiter und so fort. Das ist wieder das. Das ist noch nicht ganz so positiv, aber zumindest das, was ich bei Platin gezeigt habe, wenn es dann die Marktmeinung sehr stark schwankt, auf einmal wieder in die andere Richtung ausschlägt, sollte man sich da genau überlegen, ob das Sinn macht. Also es gibt jetzt im Endeffekt zwei Strategien. Entweder ich gehe jetzt schon Short und sage, ich stoppe ein oberhalb von 10.150 oder aber ich warte, dass dieser Aufwärtstrend, den ich hier grün eingezeichnet habe bei gut 9.830, warte, dass der nach unten besprochen wird und gehe dann erst in ein Short-Produkt dementsprechend. Aber wie gesagt, für mich ist diese 10.000-Punkte-Marke gerade ganz gut, stellt ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis da. Okay, Herr Tietze, also der DAX ist im Moment weder der FC Bayern noch das Platin. Also doch eher langfristiger Abwärtstrend, wenn Anleger, Herrn Königshofen in seinem Einrad folgen und sagen, ich augmentiere mich jetzt schon Short. Welche Möglichkeiten hat man denn da jetzt? Ja, also die Volatilität ist zurzeit noch recht hoch. Das heißt, klassische Optionsscheine sind ja nicht teuer. Die sind schon fair gepreist, aber die Volatilität macht diese Preise, diese Optionsscheine nicht ganz so attraktiv. Deswegen vielleicht doch eher mit einem Knockout arbeiten und hier natürlich dann am besten sozusagen die Barriere oder den Stop-Loss da setzen, wo die charttechnischen Marken sind, wie hier zum Beispiel 1.150. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Put anschauen, der natürlich sehr, sehr spekulativ ist. Das sieht man auch schon an einem Hebel. Genau. Hier liegt die Barriere bei 10.160. Sprich, sollte der DAX über 10.160 gehen, dann wird der Schein automatisch liquidiert und der Anleger bekommt einen Restbetrag ausbezahlt, wenn wir nicht über Nacht sogar über die 10.364 gehen. Aber man sieht es an dem Hebel, er ist sehr, sehr spekulativ. Aber wir sehen jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kurstafel schauen würden, wir sind eben durch die 9.830 gegangen. Also hier vielleicht ein weiteres Short-Signal und dann wäre so ein Schein vielleicht sinnvoll als Depot-Beimischung, vielleicht auch um seine generellen Long-Positionen abzusichern. Warum haben Sie denn dennoch einen Wave-XX-Call auch mitgebracht? Einen Call habe ich mitgebracht für diejenigen, die natürlich optimistischer sind bzw. davon ausgehen, dass der Markt sich über 9.500 hält. Da sind ja auch die nächsten Unterstützungslinien und sollte diese nicht halten und wir gehen unter 9.500, würde dieser Schein auch wieder automatisch ausgestockt werden. Auch ein relativ hoher Hebel, auch ein relativ hohes Risiko. Wenn man jetzt ein bisschen das Risiko rausnehmen möchte, man könnte es jetzt ganz, ich sage jetzt mal unspannend machen, Index abbilden. Aber was gäbe es noch an Plan C sozusagen? Plan C oder vielleicht für viele sogar auch Plan A wäre ein Discount-Zertifikat. Hier partizipiere ich nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, bekomme dafür aber auch den Index mit einem Rabatt, mit einem Abschlag und der ist immer noch recht ordentlich. Schauen wir uns zum Beispiel ein Produkt an, das jetzt noch ungefähr... 10% Discount ist... Ja, wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen mehr, jetzt wo der Markt gefallen ist, dass noch acht Monate läuft und ich bekomme den DAX quasi günstiger. Der Höchstbetrag liegt bei 9.500 Punkten. Ich bekomme aber dieses Produkt unter 90 Euro, sprich unter 9.000 Punkten. Das heißt, ich steige im DAX eigentlich dann bei 8.900 zum Beispiel ein und nicht jetzt bei 9.830 oder 50, wo der Markt liegt. Das heißt, sprich fast 1.000 Punkte günstiger dafür, aber ist mein Renditepotenzial auch minimiert. Okay, das ist dann sozusagen gedeckt. Höchstbetrag 95 Euro. Neu im DAX ist Pro7 Sat.1. Die hatte man dann erstmal nicht so auf der Pfanne. Man hat aber dann damit auch eine relativ ordentliche Rallye, wenn es auch immer wieder lange Seitwärtsphasen gab, verpasst. Jetzt ist Pro7 Sat.1 der Königshofen schon wieder relativ nah am Allzeithoch. Da ist aber auch bei 50 ein relativ heftiger Widerstand. Da geht noch nichts drüber, oder? Naja, also wie man erstmal sieht, man hat natürlich langfristig einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, den man hier sieht. Also es ging ja von knapp über 0 bis in die Region von über 50. Also das war natürlich was, wenn man von Anfang an dabei war, wo man alle mit der Aktie schon eine gute Rendite erzielen konnte. Was Sie aber schon richtigerweise gesagt haben, ich habe es auch mal wieder eingezeichnet, um das nochmal aufzuzeigen, wie sich Märkte verhalten. Also im Endeffekt, man hat immer eine Rallye, dann mehr oder weniger einen Seitwärtsmarkt, dann eine Konsolidierung, dann hat man wieder einen Trend, dann wieder eine Konsolidierung, dann sieht man wieder einen Trend hier in diesem Falle. Und ja, hier jetzt in letzter Zeit wieder eine Konsolidierung. Das heißt sogar in letzter Zeit, das ist schon seit Anfang 2015, dass die Aktie so zwischen 40 oder 39 und 51 hin und her pendelt. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt ein Trading-Produkt raussuchen möchte, dann würde ich eher auf den Ausbruch warten. Entweder oberhalb von den 51, dann wäre ja neues Kurspotenzial freigesetzt. Oder ich würde warten, ob wir nach unten sogar wegbrechen aus dieser Seitwärtsrange und würde mich dann Short positionieren. Das wäre was, wenn ich mich in ein Trading-Produkt positionieren möchte. Allerdings, was ich hier zum Beispiel sehr gut finde, wäre ein Produkt, was eine Seitwärtsrendite erzielt. Weil wir haben ja, wir sehen ja immer die ansteigende Kurse, Konsolidierung, ansteigende Kurse. Und jetzt haben wir wieder die Konsolidierung. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Produkt raussuche, wie ein Bonus-Zertifikat, Discount oder ähnliches und kann jetzt sogar von dieser Seitwärtsphase profitieren oder daran partizipieren, dann wäre das natürlich was, wo ich sagen würde, okay, da könnte man sogar jetzt schon einsteigen, das Produkt kaufen. Dementsprechend über den Stopp setzen, sollten wir hier aus dieser Seitwärtsrange nach unten weglaufen. Weil dann gehe ich davon aus, dass die Aktie weiter runterkommt, dann würde ich dann eher verkaufen. Aber momentan sieht es ja sogar eher danach aus, auch durch die Aufnahme in den DAX, dass wir dann oberhalb oder dass wir eher nach oben rauslaufen sollten, aufgrund der Dynamik, die reinkommt. Okay, Herr Tietze, warten wir jetzt nicht mal auf das neue Allzeithoch oder dass da ein bisschen was geht, sondern nehmen wir jetzt mal die Seitwärtsrendite mit. Wie machen wir das? Das können wir, wie Herr Königshofen schon angesprochen hat, mit einem Bonus-Zertifikat machen. Allerdings, wir sehen das auch hier am Chartverlauf, gerade wenn wir jetzt die letzten sechs Monate ansehen, ist da nicht so viel passiert. Deswegen ist die Volatilität in diesem Wert auch nicht so hoch. Sprich, ich muss hier quasi ein Bonus-Zertifikat mit Cap heraussuchen. Das heißt, ich bin hier auch nur bis zu einem Höchstgiftbetrag dabei. Und habe aber dafür hier eine Barriere, die bei 35 Euro liegt. Sprich, das ist nochmal unterhalb des Seitwärtskorridors, den wir jetzt die letzten 15 Monate hatten. Der Abstand zur Barriere ist 25 Prozent. Der Bonus bei 50, also genau dieses Ausbruchsniveau. Und ich kann dann immer noch eine Seitwärtsrendite generieren von 8,9 Prozent. Man muss dazu sagen, dass das Produkt leicht unter dem aktuellen ProSieben-Kurs liegt. Das heißt, ich zahle also auch kein Aufgeld, sondern bin quasi bei der Aktie eins zu eins mit dabei, bis zum Höchstbetrag von 50 Euro, der mir dann automatisch ausbezahlt wird, wenn bis zum Laufzeitende diesen Jahres nicht die 35 Euro Barriere berührt oder unterschritten wird. Was passiert natürlich, wenn die 35 Euro berührt werden sollte? Dann erlischt der Bonusbetrag und ich bin eins zu eins mit der Aktie dabei. Okay, Herr Königshoff, noch ganz kurz. Wir haben es oft gehabt als Thema Öl. Diesmal WTI. Beruhigen Sie uns, haben wir einen Boden empfunden, gefunden? Ich sehe jetzt grün, leichten Aufwärtstrend läuft. Also, um noch mal darauf zurückzukommen, was wir anfangs gesagt haben mit dem Sentiment bei Platin. Das war ja bei WTI ähnlich, dass wir immer wieder darüber gesprochen haben. Es hat jetzt mehrere Anläufe gebraucht im Endeffekt. Man hat ja auch gesehen, dass in dieser Phase hier unten wieder das Sentiment eigentlich sehr, sehr negativ war und wir schon damals darüber gesprochen haben, eigentlich müsste jetzt irgendwann mal eine Konsolidierung nach oben stattfinden, dass der Markt mal wieder anzieht. Und was sehr positiv ist, der Abwärtstrend, den ich eingezeichnet habe, der ist nach oben verlassen worden. Der Aufwärtstrend ist intakt. Ich gehe davon aus auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Zeit weiter nach oben ziehen sollten. Erstmal Richtung 44 und später sogar Richtung 54 US-Dollar. Das wären dann die Hochs, also 44 wäre dann dieses Hoch hier und 54 dann etwa hier. Ich gehe schon aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten deutlich weiter ansteigende Kurse sehen sollten. Okay, Herr Tietze, ansteigende Kurse bei Öl, das ist mal eine gute Nachricht für den Anleger. Am besten, wenn es denn so kommen sollte, dann gehebelt mit dabei sein und dann läuft es richtig. Genau, gehebelt dabei sein. Allerdings aufpassen hier, denn wir investieren nicht in Öl, sondern in ein Öl-Future. Da haben wir folgende Problematik, dass ein Öl-Future nur eine begrenzte Laufzeit hat und dann ausläuft. Das heißt, der Emittent muss rollen in den nächsten Future oder in einen weiteren Future und so kann es dann durchaus zu Irritationen kommen, dass man sagt, wieso, meine Barriere liegt da und da. Dabei bin ich bei einem anderen Future investiert, der aber vielleicht einen halben Dollar drüber oder drunter steht. Ja. Also hier genau aufpassen und deswegen habe ich zum Beispiel, um das zu umgehen, zwei Produkte mitgebracht. Einmal auf der Long-Seite und einmal auf der Short-Seite, die eine feste Laufzeit haben. Ja. Laufen jetzt noch recht kurz, aber es ist natürlich auch ein Trading-Instrument, muss man sagen. Hier ein Hebel von fünf, aber eine Laufzeit nur noch von einem Monat. Aber dafür bin ich fest in einem Future investiert und kann mich an dem orientieren. Keine potenziellen Rollverluste zu erwarten und wenn die Barriere von 33,50 gerissen wird. Dann erlischt der Schein sozusagen und wird wertlos ausgebucht. Also das muss man wissen, das ist sehr wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte daran partizipieren oder auch gehebelt oder so, dann durchaus darüber nachdenken, vielleicht einen Stop-Loss zu setzen, je nachdem dann auf welchem Future-Niveau ich das machen möchte. Genau. Wenn wir jetzt ein Put nehmen, da haben wir auch das Problem, dass wir keinen weiteren Future und keine Rollgewinne oder Verluste haben werden. Das korrespondiert etwa mit dem Kursziehen, die Königshofen gesetzt hat, die 45. Barriere bei 45 wäre dann auch der Schein. Wäre auch Totalverlust, genau. Okay. Ja, meine Herren, viele spannende Ideen. Vielen Dank. Drücke die Daumen für das nächste Champions-League-Spiel. Bis dahin. Liebe Zuschauer, Platin ist aktuell wohl der FC Bayern München. Der Rohstoff, merkte Juventus Turin, wird es vielleicht nicht gerne hören. Aber dennoch, das ist seit Dezember relativ gut aufgegangen. Wir vollziehen das Ganze nochmal auf unserer Webseite nach, damit Sie nachlesen können, wie das mit den Teilverkäufen gelaufen ist. DAX Frühjahrs-Rally, da können wir leider noch nicht für sprechen. Aber wenn es soweit ist, erfahren Sie es natürlich auch in der AktionärTV bis dahin.